Ich fange mal an mit einem Seil. Das ist mein Seil. Ich nehme das linke Ende von dem Seil hier in die Hand und dann schlenkere ich das nach oben, nach unten und dann schaue ich mal, was für eine Form sich in dem Seil hier entwickelt. Also als erstes gehe ich nach oben, hier hin. Das Ende reiße ich ja nicht ab, das heißt meine rechten Nachbarn hier, die werden mitgenommen. Und das ganze Seil sieht so aus. Jetzt gehe ich wieder nach unten mit der linken Hand. Ich will nach ganz unten gehen. Ich schaue mir aber trotzdem erstmal an, was passiert, wenn ich hier durch diese Ruhelage durchlaufe mit einem gewissen Schwung. Natürlich die Nachbarstückchen hier, die sind auch hier unten. Aber was ist denn mit den Stückchen hier passiert? Die hatten ja gerade noch einen gewissen Schwung mitgekriegt nach oben. Die werden jetzt also weiter nach oben gelaufen sein. Natürlich werden die abgebremst und irgendwo werden sie dann Geschwindigkeit 0 haben und wieder nach unten weiterlaufen. Aber so diese Höhe hier können sie durchaus erreichen. Das heißt, mein ganzes Seil könnte also so ungefähr aussehen. Einen gewissen Zeitpunkt später bin ich mit meiner Hand hier ganz unten angekommen. Die Seilstücke, die hier oben gerade im Wendepunkt waren, die wurden von ihren linken Nachbarn nach unten gezogen. Das heißt, die werden hier nach unten laufen gerade. Gerade diese Seilstückchen hier, die hatten den Schwung nach oben. Die werden durchaus weiter nach oben durchgeschwungen sein. Und mein Seil wird dann diese Form hier annehmen. Wieder einen Moment später bin ich mit meiner Hand wieder in die Ausgangslage zurückgelaufen. Hier also stehe ich da mit meiner Hand. Die Seilstücke, die unmittelbar angrenzen, sind natürlich mitgekommen. Die Seilstücke hier, die hatten ja einen gewissen Schwung nach unten, als sie durch die Ruhelage durchsausen. Die werden also nach unten durchgeschwungen sein. Die könnten sich hier befinden. Die Seilstücke, die wurden von ihren linken Nachbarn Richtung Mitte gezogen. Die hier, die hatten den Schwung nach oben mitbekommen. Die sind also weitergelaufen nach oben. Das heißt, mein Seil könnte ungefähr so aussehen. Und wenn ich jetzt das linke Ende nicht mehr auf und ab bewege, sondern einfach hier festhalte, dann wird das Seilstück hier allmählich in die Ruhelage zurücklaufen. Der Teil hier, der hat ja den Schwung nach unten mitbekommen. Der wird also nach unten durchschwingen. Der Teil hier wird von seinen linken Nachbarn in die Mitte gezogen. Und der Teil schwingt nach oben. Also mein Seil hat dann diese Form hier angenommen. Da passiert nichts mehr. Hier ist diese Auslenkung nach unten, hier nach oben. So könnte das dann aussehen. Und wenn ich jetzt mal nur auf diesen Buckel hier oben schaue, hier sehe ich, war der Buckel am Anfang, die erste Auslenkung. Dann ist er hierhin gelaufen, hierhin, hierhin, hierhin. Und ich sehe, da bewegt sich irgendwas nach rechts. Also diese Störung hier, die bewegt sich in meinem Seil nach rechts. Und ich jetzt nach einer längeren Zeit auf das Seil schauen würde, dann könnte das so aussehen. Hier habe ich mein Seil. Das habe ich ja nicht mehr bewegt. Hier ist die Störung inzwischen, wie sieht das Seil entlangläuft. Und in diesem Teil hier, diese Störung, darum geht es eigentlich jetzt hier in diesem Video. Das ist das, was wir auch als Welle bezeichnen können. Vielleicht ist das ein guter Moment, die Welle zu definieren. Schreiben wir doch einfach mal auf. Welle? Was ist das? Welle ist nichts anderes als die Ausbreitung einer Störung. Und wo breitet sich die Störung aus? In unserem Beispiel im Seil. Allgemeiner gesagt, breitet die sich im Raum aus. Also die Ausbreitung einer Störung im Raum. So wollen wir mal die Welle definieren. Ausbreitung einer Störung im Raum. Das ist eine Welle. Ihr könnt andere Definitionen einer Welle finden. Eine der häufigsten hat mit Energie zu tun, das sich also durch die Störung Energie in einem Medium ausbreitet. Und mit Medium ist das Material gemeint, in dem sich die Welle bewegt. In unserem Beispiel ist das Seil das Medium. Also hier, dieses Seil hier, das wäre das Medium, in dem sich unsere Welle ausbreitet. Aber es gibt einen Grund, weshalb ich diese Definition mit der Energie nicht verwenden möchte. Denn in weiteren Videos werden wir einiges über elektromagnetische Wellen lernen. Und die breiten sich nicht nur durch ein Medium aus. Die breiten sich auch durch ein Vakuum aus. Deshalb lasse ich die Dinge lieber so allgemein wie möglich. Ich nenne eine Welle nur eine Störung, die sich durch den Raum fortpflanzt. Und die in vielen Fällen auch Energie transportiert. Was meine ich jetzt mit Energietransport? Am linken Ende des Seils, da gebe ich dem Seil ja hier, wenn ich hier auf und ab gehe, da gebe ich dem Seil ja ein bisschen Energie. Und nachdem ich diese Bewegung gemacht habe, dann sehe ich, dass jeder Punkt des Seils diese Bewegung nach oben, nach unten und wieder zurück nachvollzieht. Also wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde, dann würde ich auch diesen Punkt hier nach oben, nach unten und wieder zurück gehen sehen. Genau das, was ich hier drüben gemacht habe, das passiert hier auch. Stell ich mir aber vor, ich würde hier eine Kugel hinlegen. Und in dem Moment, in dem diese Welle hier vorbeiläuft, dann könnte die Kugel ja hochgeschleudert werden. Und dann kriegt sie eine höhere Lageenergie oder eine gewisse kinetische Energie. Das heißt, offensichtlich hat die Welle Energie auf diese Kugel hier übertragen. Das meine ich damit, dass mit einer Welle Energie übertragen wird. Was ich da gemalt habe, ist nicht die einzig mögliche Form einer Welle. Schauen wir uns doch mal ein ganz anderes Beispiel für eine Welle an. Ich zeichne hier mal ein paar Luftmoleküle hin. Die Luftmoleküle sollen sich hier ganz gleichmäßig im Raum verteilen. Und dann nehme ich eine Membran. Das könnte zum Beispiel ein Lautsprecher sein. Und die Membran bewegt sich hin und her. Nach links und nach rechts im Takt der Musik. Wie verhalten sich jetzt die Luftmoleküle in der Nähe dieser Membran? Die Luftmoleküle, die hier in der Nähe der Membran sind, die werden natürlich hier in die Mitte geschubst, wenn die Membran sich nach rechts bewegt. Das heißt, hier in der Mitte entsteht plötzlich eine Zone, in der die Moleküle dichter sitzen als sonst. Sie werden verdichtet. Und dann geht die Membran zurück. Und dann entsteht links von dieser Wichtungsszöne plötzlich ein Gebiet, in dem nur sehr wenige Moleküle sich aufhalten. Das heißt, da wird die Konzentration der Luftmoleküle dünner als im Normalzustand. Die Moleküle hier, die sind alle sehr eng zusammengedrängt und die stoßen sich natürlich auch gegenseitig. Das heißt, die stoßen ja hier von links nach rechts kommen, die stoßen sich dann weiter. Und diese Verdichtung hier, die wandert also weiter hier in diese Richtung. Und wenn wir da später drauf schauen, dann könnten wir sehen, dass diese Verdichtung vielleicht, diese Verdichtungszone schon hierher gewandert ist. Und hier sich die Moleküle zusammendrängen. Und weiter stoßen, während auch die Verdichtungszone ein gewisses Gebiet mit einer sehr geringen Zahl von Molekülen folgt. Das heißt, auch hier sehen wir so eine Art Ausbreitung einer Störung im Raum. Wenn diese Membran hier immer weiter macht, immer wieder vor und zurück geht, nach rechts und nach links, nach rechts und nach links, dann würde wir eine Folge von Verdichtungen sehen. Die Luft hätte eine Folge von Verdichtungen. Hier wäre eine Zone hoher Dichte. Hier wäre eine Zone geringer Dichte. Hier wäre wieder Zone hoher Dichte, geringer Dichte, hoher Dichte. Und so weiter. Und das, was wir hier gerade erzeugt haben, das ist nichts anderes als eine Schallwelle, die sich durch die Luft bewegt. Das ist eine Schallwelle. Die Störung hier, die geht nach links und nach rechts. Und die Schallwelle selber, die breitet sich nach rechts aus. Das heißt, auf derselben Achse. Und die Wellen, in der diese Störungen, die Fortpflanzungsrichtung der Welle gleich sind, die nennen wir Longitudinalwellen. Schallwelle, also Longitudinalwelle, oder auch Verdichtungswelle genannt. Schallwellen sind also Longitudinalwellen. Die Richtung der Störung hat dieselbe Achse wie die Fortpflanzungsrichtung der Welle. Im Beispiel hier oben mit unserem Seil, holen wir das nochmal her. Also in dem Beispiel haben wir ja, war ja die Auslenkung nach oben und nach unten. Und die Welle ist aber nach rechts gelaufen. Das heißt, die Störung war eigentlich quer zur Fortpflanzungsrichtung der Welle. Und sowas nennen wir eine Transversalwelle. Das heißt, das ist hier eine Transversalwelle gewesen. Transversalwelle. Bei der Transversalwelle lenken wir nach oben und nach unten aus und die Welle läuft nach rechts. Das heißt, die Auslenkung ist quer zur Fortpflanzungsrichtung der Welle. Bei der Longitudinalwelle, da geht die Störung nach rechts und links. Und die Welle pflanzt sich auf derselben Achse, in dem Fall nach rechts, fort. In dem Beispiel mit dem Seil hier, da haben wir der Welle ja nur eine Störung mitgegeben. Ich bin nur einmal nach oben, nach unten und wieder zurückgegangen. Einen Kreislauf habe ich da nur gemacht. Das, was wir dann sehen, hier diese Störung, die nennen wir einen Wellenpuls. Ich könnte ja auch weitermachen. Ich könnte mit meiner linken Hand hier immer weiter nach oben, nach unten, nach oben, nach unten gehen. Und dann würde ich nicht einen Wellenpuls erzeugen, sondern dann sähe das Seil wahrscheinlich so aus. Also wir sehen hier eine Folge von Wellenbergen und Wellentälern. Und das Ganze nennen wir dann eine periodische Welle. Im nächsten Video werden wir viel sprechen über die Eigenschaften von periodischen Wellen. Zum Beispiel über die Wellenlänge und die Frequenz und die Periode und wie das alles mit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle zusammenhängt. Lauter solche Sachen. In diesem Video, da spreche ich das nicht an. Denn hier geht es ja nur darum, mal eine Grundidee zu haben über das, was eine Welle ist. Beispiele dafür zu sehen, wie das Seil oder die Schallwelle. Also wenn wir über eine Welle reden, dann sprechen wir eigentlich über eine Störung, die sich typischerweise in einem Medium fortpflanzt. Und wenn wir die Welle aufmalen, dann zeigen wir eigentlich nur diese Störung. Und diese Störung kann viele Formen haben. Es kann eine transversale Störung sein, wenn wir mit einem Seil zu tun haben. Es kann eine Störung sein in der Dichte der Luftmoleküle, wenn wir zum Beispiel eine Schallwelle haben. Und obwohl das jetzt sehr unterschiedliche Formen der Welle sind, so hängt das doch beides sehr eng zusammen. Wenn ich jetzt mal hier versuche, entlang einer Achse die Dichte der Luftmoleküle aufzumalen, dann sehe ich also hier habe ich eine relativ hohe Dichte. Der Luftmoleküle, hier ist meine Dichte gering, hier ist die Dichte wieder hoch, hier ist sie gering, hier ist sie hoch, hier ist sie gering, hier ist sie wieder hoch. Wenn ich das jetzt alles mal zu einer Kurve verbinde, das sehe ich das ungefähr so aus. Das haben wir doch irgendwo schon mal gesehen. Genau, das haben wir hier oben schon mal gesehen. Das war genau das Bild einer periodischen Welle. Wir sehen also, wenn ich diese Dichte hier aufmale, diese Dichteschwankungen über die Zeit oder Dichteschwankungen im Raum, dann kriege ich eine Kurve, die eigentlich genauso anschaut, wie mein Seil aussieht, wenn ich das jetzt hier regelmäßig auf dem linken Ende auf und ab bewege. Das heißt, mathematisch kann ich diese beiden Wellenformen hier in derselben Art und Weise beschreiben. Deshalb nenne ich auch beides eine Welle. Und mit diesen periodischen Wellen, die genau diese Form haben, da werden wir uns jetzt auch in den nächsten Videos ein bisschen genauer befassen. Und mit diesen Bildern, die wir uns jetzt auch in den Bildern haben,